Willkommen zur letzten Folge in dieser Session. Da haben wir sogar noch was. Vermutlich noch ein Glockenzweig, würde ich mal schätzen. So, wir werden diesen Pilz jetzt noch abfrühstücken. Gegner sind immer noch da. Wo kommen die denn auf jeden Fall her? Huhu! Okay. Muss ich wieder sackig werden, Leute? Seid bereit für die Belohnung, die keine ist. Lass mich rein hier. So, darf ich jetzt mal hingucken. Sieht stark wieder nach Höhle aus. Das reicht doch, Glockenzweig. Ja. 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 Ich raff's nicht, ich raff das nicht, ach, leck mich. So, vermute mal, hier ist jetzt nicht unbedingt mehr irgendwas, haben wir abgefrühstückt, hier wäre halt noch was, die beiden Dinger müssten wir gleich noch machen. Low-Wolkenmoos, oh, haben wir sogar, nice. So. Wow! Und der Ausrüstungskorb. Ja, ja! Okay. Ach, das sind die Wächter. Ich will bloß kurz was auspacken. Wessen sind wir ja wieder ziemlich voll. Okay, ähm, im Dorf hatten wir doch eben noch. Hier, geht noch was. Ach, noch so ein blöder Auflauf, ey. Leute, lasst mich doch in Ruhe mit dem scheiß Rezepten. Jetzt ist noch was nervig. Aber wir können mal kurz gucken. Ob wir hier irgendwelche Zutaten oder sowas eventuell erwerben können. Es gibt noch einen Heiler, Sjul. Wird er helfen? Hoffentlich. Nun, was möchtest du denn? Lass dein Licht lodern. Sieh, du brauchst etwas, nicht wahr? Bis bald. Wolkenkieferharz. Wo war denn das mit der Poporinne? Ich würde sie gern wiedersehen. Und dann haben wir zwei von den Knochen. Fingern, drei Kastenwächter. Komme ich denn immer auf Knochen? Und zwei hier noch. Sonst haben wir die Map auch schon gerecht. Da ist noch einer abgearbeitet, ne? Hier könnte sich noch irgendwas... Ah, guckt an, da ist noch eine Station. Trotzdem haben wir dann... Wie der Fluss oder das Gras. Oder tanz wie der Stein, in dem ihr stilftigt. Ach, die sind über uns irgendwo. Trotzdem haben wir dann keine 100%. Dann werden wir wahrscheinlich bei 90 landen. Was hat er? 얘기를 aufbauen. Stimmt! Stimmt! Oh! Oh! Wie viele sind denn hier noch? Oh! Also jetzt müssten wir doch eigentlich alles haben hier auf dem Planeten, keine Ahnung. Könnte sich natürlich noch irgendwas verbergen, wir sollten hier vielleicht mal durchfließen, da brauchen wir neue Bögen. Oh! Also es gibt hier echt einen Haufen Loot, aber am Ende ist das irgendwie so... Oh! Ja, ja! Wow! Sooo Irgendwie ich das hier führe, am Ende werden die Sarrentoth zurückkommen. Die sind nicht die einzigen glaube ich. Irgendwie vermute ich, das ist unten und nicht hier oben, oder? Ja! Wow! Nicht da lang? Okay. Ich krieg aber ordentlich Damage gerade, ey. Ich bin jetzt hier oben. Ich bin jetzt hier oben. Ich zieh. Ich zieh. Ja! So, einmal durchgeflogen. Wir haben tatsächlich was gefunden. Und jetzt brauchen wir diesen Innenwächter da auch vielleicht noch fertig. Warte mal, war da noch ein Dorf? Guck an. Nein! Ja! Ja! Mhhmm! Ich schaue ihn. Und jetzt nicht. Oh No Was ist das? Was ist das? Was ist das? Keine Ahnung was das denn soll. Ich müsste es mal googeln. Aber ich vergesse das wahrscheinlich eh wieder. So, dann holen wir uns noch das Dorf hier. Und dann sind wir auch schon wieder am Ende. Ich bin glaube ich extrem blöd gerade geflogen. Ach so, die hatten wir schon. Alles klar. Ich bin ja. Ja! Jetzt bin ich schon wieder vorbei. Wow! Vor was hast du Angst? Wow! Und unbewohnt, oder? Ja. Okay. Nun gut. So, dann geht's hier in der nächsten Folge. Wieder weiter, spitze. Ich bedanke mich. Bis denn her.